Du... Dann... Jag Ban. Ich hatte Platzika gesehen. Als... Wohl ich könnte auch... Wohl... Ah... Mikro, hä? Äh... Gott... F... Woh, ich glaube keinem F... 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 Woh... 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 Hm. Probier ich mal meinen Phönix wieder aus. Glaub ich immer noch nicht. Ähm. Wir haben ja zuviel. Hm. Yo, Jackie, ist klar. Pugna, die werden wahrscheinlich Pugna in der Mitte haben. Den auf der Offlane. So. Kann natürlich... Ja, normalerweise der als Support wäre ja Overkill. Da müsste ja einer von denen Chor machen. Hm. Hm. Bin gespannt. Ich meine, spannend. Hm, mhm. Hm, mhm. Hm. Lion. Also das ist ein Lion-Up, das fällt hinten runter. Definitiv. Wenn ich meinen... ...Nekro... ...ordentlich in Form bekomme. Ja. Ja, 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 nein. W Süß? Yes! 30 Sekunden zu battle. Die Behandlung beginnt. Das war's. Das war nicht geplanet, dass der unbedingt was abbekommt, aber... Was hält's denn für den immer noch schwer? Hoppla. Das war's. Das war's. Die Abblingsheiten sind halt ein bisschen arschig, um die wirklich hardcore zu harassen. Das war's. 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 Hehehe Nyaaah Zu langsam Weiß nicht, inwieweit es gut ist, dass wir jetzt bei dem unter dem Tower sind Guck mal Angert Hmm und ich hätte eigentlich ich brauche dringend das gold Legend, hm? ja was machen wir? Da könnte ich langsam mal meinen Scheiß bekommen. Meine Jen ist voll für den Arsch momentan. Äh. Äh. Ich habe den Kurier gespart. Habe ich den Flug noch gehabt? Ist anders ausgesehen. Aber jetzt habe ich eine 8er Region. Das sollte... Oh, okay. Shit. Hm. Äh. 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 damit definitiv nicht der plan werden sie mal so weit ich muss auf jeden fall ein wort aufstellen wenn es hilft ah das war doof naja ja ich habe leider gar nichts das ist das problem mit phoenix du hast wenn du einmal sachen eingesetzt hast dann ja 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 Au. Und irgendwas ist gelaufen. Goddammit. Was bist du? Da. Ich mein, Supernova ist jetzt ready. 30 Sekunden cooldown. Ne, come on. Oh, Hiji ist noch da. Ah. So, ich kann rein diven, wie ich will. So, ich kann rein diven, wie ich will. Hm. Ah. Ah. Damm. Ihr Top Talos ist aufbauen. Ah. Oh. Ah. 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 Ihr bottom tower is under attack. Ihr bottom tower is under attack. Ah, meine ganzen Abklingzeiten. So. Oh. Hm. What the fuck? Hm. Dammit. Radiant structures are formalized. You're bottom tower is under attack. Your bottom tower burned to the ground. Oh, dammit. You're bottom tower is under attack. You're bottom tower is burning. Ah. You're bottom tower is burning. Ah. Oh, man. Coolhounds wieder. Oh, man. Oh, man. Coolhounds wieder. You're bottom tower is burning. Das klingt heute mir voll auf den Sack dabei. Okay, das ging doch einigermaßen gut. Wir haben Packnagel gekillt und es ist keiner... Oh, er war gestorben. Nimm einer. Ich nehme zu, was mir wurscht. Ja. 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 Wir müssen den unbedingt mal... So... Shit! Zack doch, okay. Ach, dass der Ice Path mich da erwischt hat, war ehrlich. Ich hätte nur bis dahin diven sollen, dass ich über ihm bin. Achso, ich habe ja immer noch mein Kram dabei. Im Kurier, warum auch immer. Ich habe schon überlaufen. Ich habe schon überlaufen. Ich habe schon überlaufen. Ich habe schon überlaufen. Ja... Oh! Snagged. Ich habe schon überlaufen. Oh... Komm schon mal. Oh, Mann. Er ist tot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, er hat es versaut. Oh... Ich glaube auch, der hat seinen Ulti auf mich verschwendet gehabt. Brauche ich nur noch Charges dafür. Ja... Oh, Mann. Oh, Mann... Oh, das ist das schön. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh... Hm. Ah oh oh shit man dieser Bild von dem ist so blöd ja war er wieder worden hm muss das da nix haben aber naja ja nimm sie und dann so ah sport was Daaaah... Ich weiß nicht, ob es sein soll. Das war's für heute. Okay. Dang, wenn ich den diven könnte mit einem Urn Charge, während der auf seinem blühen Trip ist, wenn er einen AA mit der Ulti getroffen hat. Ah, Dive, Fire Spirits, Urn Charge plus AA sollte eigentlich einen Toten hergeben. Hm. X. Hm. Ja, ist ein Pagna. Da war ein Takiro. Ok. Hm. Ich kira 11.19. in Ja, ich bin fast. Ihr top tower is burning. Shit, man. Fuck me. Fuck me. Ah. 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 Klar, das ist schon mal nicht verkehrt, aber... Und da ist ein CK... Oh, komm schon, Mann! Hm... Why are you running away from me, you idiot? Because I don't fucking like you! You see why? 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 WHY 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 You're fucking yelling at us, not the fuck that we're again. Why 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 I I I Bravo! Ahhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh Hm? Oh? Oh, shit. Dang. Wow. Hmm. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Dang it. Why should I fucking go back? Oh, shit. 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 Oh. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Das ist ein Geld, das ist ein Geld. Das ist ein Geld. Das ist ein Geld. Was ist das wert war? Was ist mein Mann? yes oh shit Ah. Okay. Den kann ich verkaufen. Mehr Leben würde mich einfach überleben lassen. Dann würde ich einfach mir ein Heart holen. 29 Kills dabei. Und schon. Bewegt deinen Arsch. Eine Frasse. Und schon. Und schon. Und schon. Und schon. Und schon. Und schon. Damn. Dammit. Komm schon. Der ist erstmal einen Moment raus. Oh Gott. Oh man, das ist ein Spiel. Ah, das ist ein Problem, ich weiß. Wow, fuck me. Mein Gott. Kann es eigentlich sein, dass ich höher bin als du? Ich bin höher und sieht man nur über Hit Count. Sicher, sicher. Oh, das mal brauche ich einen Halt. Das sieht, wenn ich mich nicht fertig machen kann. Da, ich bin eher... ...dominator. Oh, oh. 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 mhm ich hab e grad nicht blinkmer mhm Oh mein Gott, es kann noch was geben hier. Oh mein Gott, es kann noch was geben. Ich habe auch Angst. Go fucking high ground, not here. Oh mein Gott. 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 oh Rumble Blink No by back, oh nice 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 Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. 50 pro Kill, ja 10 sind 500, 1000, der macht schon ne Menge Damage damit. Das ist nicht einer von denen in den Schämen. Let that tower fall, don't protect that, and why the fuck the tower. Trying to go from behind. Oh, Sean. But of course, they have words, for some reason. Fuck. Oh, man. Bin ich denn jetzt gehackt? Oh, fuck. Fuck me. 4 Bybex. 4 Bybex. It's good. Go big. Go big. Don't take me to Bybex. Supernova up to me. Why Bybex? Don't take me to Bybex. Ich ein scheiß Heart hätte, weißt du? Dann kann ich mir noch ein Eondisk holen. Okay, Sloty? Oh mein fucking Rats. Oh mein fucking Rats. Oh mein. Hm. Hm. Oh mein. Hm. 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 Oh mein. Hm. Hm. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh. I'm trying Dang it I don't have any chance anymore Okay, so passiv Ah, so passiv So passiv Oh, damn it Jeder hat so lang gedauern Hm Ja, 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 ja Alleiner ist nicht verdient Okay Vielen Dank.